Seid ihr bereit? Es wird ein bisschen trocken, aber wir kriegen es hin. Wir sprechen heute über den Pappabstrich und gehen ganz genau durch, was welche Aussage hat und welche Konsequenz das für euch hat. Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, über die Krebsvorsorge im Allgemeinen für Gebärmutterhalskrebs. Und ich habe angesprochen, da gibt es diesen Abstrich, diesen Pappabstrich. Und ich habe euch versprochen, im nächsten Video erkläre ich ganz genau, was welcher Pappabstrich bedeutet. Und hier sitzen wir jetzt. Und das möchten wir in diesem Video heute besprechen. Ja, und ich würde vorschlagen, ihr holt euch nochmal einen Kaffee, lehnt euch zurück oder ein anderes Getränk nach Wahl. Drückt jetzt nochmal kurz auf Stopp und dann könnt ihr gleich durchstarten. Ihr braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Es ist sehr medizinisch und es ist sehr viel mit Abkürzung. Aber ihr kennt mich, ich kriege das hin, euch zu erklären. Fangen wir direkt an. Es gibt den Papp0, Papp1, Papp2, Papp3, Papp4 und Papp5-Abstrich. Ihr könnt euch das ein bisschen wie ein Schulsystem vorstellen. Papp1 und Papp2 ist gut. Papp3 und Papp4 ist nicht so dolle. Und Papp5 ist schlecht. So kann man sich das im Groben merken. Das Gemeine ist aber, es gibt bei Papp2 und Papp3 und Papp4 noch Abstufungen und Unterteilungen. Die klären wir aber auch gleich. Und damit ihr euch das auch ein bisschen besser merken könnt, blende ich euch jetzt eine Tabelle ein. Das ist von der Seite Amboss. Amboss ist für alle Medizinstudenten da draußen, die kennen das sicherlich, eine mega gute Seite, wo alles relativ knackig und kompakt aufgelistet ist. Ich habe keine Kooperationen mit denen. Ich bezahle mein Abonnement selbst. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr müsst nichts in den Kommentaren schreiben. Ich möchte es euch nur zeigen, weil die das sehr, sehr schön aufgelistet haben. Diese Pappabstriche werden in der Münchner Nomenklatur beschrieben. Davon gibt es jetzt mittlerweile die dritte Fassung. Die wird immer mal wieder aktualisiert. Und das Gemeine ist, das ist so ein bisschen so ein deutsches Ding mit diesen Pappabstrichen. Es gibt da noch die Zinn-Klassifikation. Zervikale Intraepitheliale Neoplasie. Und es gibt noch eine Einteilung, es tut mir voll leid, es gibt noch eine Einteilung der Pedesta HSIL oder LSIL. Eine High Squamous Intraepithelial Lesion oder eine Low Squamous Intraepithelial Lesion. So haben wir es. Also es ist sehr komplex. Es werden aber oft dieselben Dinge gemeint. Klären wir. Heute geht es tatsächlich ausschließlich um die Pappabstriche und die Zinn werde ich noch mit reinnehmen, weil die meistens auf diesen Befunden auch mit drauf aufgelistet sind und die Menschen maximal verwirrt sind bei so vielen Abkürzungen verständlicherweise. Die anderen Abkürzungen sind aber dafür da, dass man sich international auch versteht. Wenn jemand aus Amerika kommt und hat dann eine Zinn-2-Lesion, dann weiß ich ganz genau, Zinn-2-Lesion ist ja bei uns dies und das. Es wird aber so sein, dass sich das zukünftig angleicht. Genug davon. Das ist alles Bürokratie. Sprechen wir über die einzelnen Abstriche. Pappnull bedeutet so viel wie, müssen wir nochmal machen. Da ging irgendwas schief, da sind entweder zu wenig Zellen nachgewiesen oder die falschen Zellen oder bei dieser Fixierung, dieser Abstrich kommt ja auf so einen Objektträger und das muss fixiert werden, kann auch irgendwas schief gelaufen sein, ist nicht auswertbar. Haken dran. Pappnull, kann man vergessen, hat keinen Aussagewert. Papp1. Papp1 bedeutet, gut, alles normal, wir sehen uns in zwölf Monaten wieder. Jetzt wird es schon ein bisschen trickier. Gibt es dieses Ding Komparativ von tricky? Mir egal. Papp2. Papp2 wird nochmal unterteilt im Papp2a. E, G oder P. Papp2 bedeutet so viel wie, gut, normal. Jetzt kommen aber noch diese kleinen Kürzel hinzu. Was bedeutet die eigentlich? Das A steht für Anamnese. Und wir haben in dem ersten Video schon gesprochen, der Arzt oder die Ärztin, die sprechen vorher mit euch oder lassen euch so ein Zettelchen ausfüllen, ob ihr eine Risikoanamnese habt, ob vielleicht die Mutter oder die Oma an einem Gebärmutterhals erkrankt ist, etc. Und deswegen ist das ein normaler Befund mit auffälliger Anamnese, Papp2a. Hat für euch keine Konsequenz, wir sehen uns in zwölf Monaten wieder. Es sei denn, ihr habt eine wirklich super auffällige Anamnese und man macht diesen HPV-Test. HPV-Test mache ich auch nochmal ein eigenes Video zu. Papp2e. Das E steht für Endometriumzellen. Und Endometriumzellen sind nichts anderes als Zellen aus der Gebärmutter, die ja am Gebärmutterhals eigentlich nichts zu suchen haben. Das hat Konsequenz für Frauen über 40 in der zweiten Zyklushälfte. Dann müsste man, wenn man so einen Befund hat und dieses Alter hat und die Zyklushälfte quasi hat, müsste man nochmal mit einem Ultraschall schauen, ob in der Gebärmutter alles in Ordnung ist und vielleicht sogar eine kleine Operation machen, eine Gebärbeunterspiegelung, wo man Gewebe von der Gebärmutterschleimhaut entnimmt, weil diese Zellen haben da eigentlich nichts zu suchen in diesem Alter und mit dieser Zyklushälfte. Papp2e ist für die jüngeren Patienten eher uninteressant. Papp2g. Das ist jetzt so ein Tüpfelchen-Risiko mehr, denn G steht für glanduläre Zellen, so Drüsenzellen aus der Cervix, also aus dem Gebärmutterhals, haben da im Prinzip eigentlich nichts zu suchen. Und deswegen würde man, wenn du da glanduläre Zellen hast, nochmal einen HPV-Test machen, spätestens in sechs Monaten, also in dem ersten halben Jahr, sollte man diesen HPV-Test dann machen. Sollte dieser positiv ausfallen, geht die Kaskade weiter. Da müsste man tatsächlich per Kolposcopie, das heißt, es ist eine Spiegelung eures Muttermundes, wo man Tests machen kann, ob es da auffällige Bereiche gibt, nochmal genauer hinschauen, gegebenenfalls sogar Proben entnehmen. Ist der HPV-Test negativ, sehen wir uns in zwölf Monaten wieder. Und Ähnliches gilt für den Papp2g. P steht für Plattenepithelzellen. Und Plattenepithelzellen sind genau die Zellen, die schnell auch mal entarten können an dem Gebärmutterhals. Und wenn die drin sind, gilt eigentlich genau dasselbe Prozedere wie bei Papp2g. Wir machen den HPV-Test, wir gucken, ob der positiv oder negativ ist, und dementsprechend hat es dann eine Konsequenz. Papp3-Abstriche. Papp3, da geht es jetzt schon so wie in der Schule auch das Befriedigend. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Und ähnlich ist so ein bisschen manchmal dieser Papp3-Abstrich. Das ist ein unklarer Befund. Erstmal als Definition. Super, bringt einem jetzt auch nicht weiter. Die meisten Frauen haben jetzt schon Schiss, dass sie irgendwas Schlimmeres haben. Aber ein unklarer Befund bedeutet jetzt noch nicht gleich was Schlimmes. Okay, das ist ein unklarer Befund. Merkt euch dieses befriedigend in der Schule. Und weil es zu leicht wäre, gibt es bei Papp3 auch noch diese kleinen Kürzel. Es gibt ein Papp-E, Papp-G, Papp-P und mal ein Papp-X. Hatten wir ja noch nicht. Deswegen besprechen wir den auch nochmal. Und dann gibt es als Sonderform, komme ich gleich zu, ein Papp3-D. Das ist ein sehr spezieller Fall. Deswegen besprechen wir den gesondert. Jetzt erstmal den Papp3-E. E haben wir noch im Hinterkopf vielleicht. Endometriumzellen sind da jetzt nachgewiesen. Und die Zellen sind jetzt schon auffälliger. Deswegen ist auch diese Papp3-Einteilung passiert. Und wir haben diese Endometriumzellen. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal genauer nachschauen. Also machen wir einen HPV-Test. Und das binnen drei Monaten. Und dann gucken wir wieder, ist der HPV-Test positiv für diese High-Risk-Sorten oder ist er negativ? Wenn er positiv ist, müssen wir eine weitere Diagnostik machen. Das heißt, wir müssen wieder eine Gebärmutterspiegelung machen. Wir müssen dort Zellen gewinnen. Denn diese Gebärmutterzellen, dieses E, gehört dort nicht hin. Also müssen wir gucken, was ist in der Gebärmutter los? Gibt es da irgendwas Auffälliges? Und wenn man schon mal dabei ist bei dieser Gebärmutterspiegelung, die man jetzt machen soll, weil man gucken will, wo kommen die Endometriumzellen her, macht man natürlich auch immer eine Kolpuskopie mit. Also man schaut sich den Muttermund vergrößert unter einer Lupe an, um da feststellen zu können, gibt es da Veränderungen. Das gleiche, komplett gleiche Muster gibt es für die nächste Eindehnung. PAP3G können wir deswegen abkürzen. Wir haben wieder glanduläre Zellen, Drüsenzellen. Ist bei einem PAP3-Abstrich ein bisschen auffällig. Also müssen wir näher hingucken. HPV-Test und Differenzialdiagnostik machen. In Form von einer Kolpuskopie, also einer Spiegelung des äußeren Muttermunds und eben Gebärmutterspiegelung, sowie auch Ausschabung. PAP3P. Das P ist immer für diesen Gebärmutterhalskrebs besonders relevant, weil das Plattenepithelzellen sind, die dort entarten. Also schauen wir, wenn wir da positiven PAP3P-Abstrich haben, ganz genau hin mit einer Kolpuskopie und gegebenenfalls sogar Probenentnahme bei dieser Kolpuskopie. Natürlich machen wir vorher wie immer den HPV-Test, um zu gucken, gibt es ein hohes Risiko oder eben nicht. PAP3P. Und beim P wissen wir immer ganz genau, da müssen wir vor allen Dingen beim Gebärmutterhalskrebs genauer hingucken, weil genau dieses P-Plattenepithelzellen sind genau die Zellen, die bei diesem Krebs vom Gebärmutterhals entarten. Also wollen wir das jetzt genauer sehen und vor allem auch wieder zeitnah, das kann man sich bei diesem PAP3 immer ganz gut merken, mit diesen drei Monaten. Also binnen drei Monate muss jetzt ein HPV-Test passieren und vor allen Dingen muss man dann schauen, ist am äußeren Muttermund irgendwas Auffälliges. Man macht eine sogenannte Kolpuskopie wieder und guckt sich genau an, gibt es auffällige Bereiche, ja, nein, und könnte eventuell sogar Proben entnehmen von diesem auffälligen Bereich. PAP3X, das X ist jetzt neu und X bedeutet, ja, Satz mit X, das war wohl nichts, nicht ganz, sondern das X bedeutet, da sind Zellen drin, wissen nicht so ganz genau, wo die herkommen. Und entsprechend ist das Prozedere auch, wir machen wie bei PAP3E und 3G innerhalb von drei Monaten eine weitere Diagnostik, wir machen Ultraschall, gucken in die Gebärmutter rein, nehmen dort Zellen und gucken uns natürlich auch den äußeren Muttermund mit einer Kolpuskopie an. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Abstrich, jetzt dürft ihr wieder aufwachen, denn jetzt kommt dieser PAP3D-Abstrich. Das D bei PAP3D heißt Dysplasie und Dysplasie bedeutet nichts anderes als das auf zellulärer Ebene, das heißt die Zellen sehen auffällig aus, die sind atypisch, da gibt es Kernveränderungen, da passiert irgendwas auf einer DNA-Ebene und deswegen gelten die als sehr suspekt. Aber die Definition von PAP3D geht auch noch weiter, heißt Dysplasie mit Option auf Rückbildung. Wichtiger Punkt, mit Option auf Rückbildung, das bedeutet nicht, dass ihr Krebs habt, das ist eventuell eine Vorstufe von Krebs, die sich aber auch wieder zurückbilden kann. Verstanden? Jetzt geht es weiter, es gibt nämlich noch ein PAP3D1 und ein PAP3D2. Wie sollte es anders sein? Und jetzt kommen auch diese Zinn-Läsionen ins Spiel, also eine andere Klassifikation, aber wird dasselbe genannt. Ein PAP3D1-Abstrich ist nichts anderes als eine Zinn-1-Läsion. Okay? Das heißt, wir haben eine leichte Dysplasie in unseren Zellen, wir gucken in sechs Monaten nochmal, was euer HPV-Status macht und sollte der positiv sein, muss man wieder innerhalb von drei Monaten diesen äußeren Muttermund anschauen und Proben entnehmen, um eine weitere Diagnostik voranzutreiben. Dann haben wir den PAP3D2, was nichts anderes ist als eine Zinn-2-Läsion. Hier geht es ein Stück weiter, da muss man unterscheiden, wie alt ihr seid. Wir haben eine mäßige Dysplasie. Bis zum 24. Lebensjahr einer Frau kann man versuchen, konservativ vorzugehen, das heißt zu gucken, bildet sich das Ganze vielleicht wieder zurück. Sollte so ein PAP3D2-Befund in den Kontrollen über 24 Monate bleiben, dann muss man dem weiter nachgehen, im Sinne von einer Kolproskopie wieder, also man guckt sich den äußeren Muttermund wieder an, macht diese Proben, schaut sich auffällige Bereiche an und entnimmt dort Proben oder aber man geht sogar noch einen Schritt weiter, entfernt mit einer Konisation, das ist ein neues Thema, entfernt operativ diesen Bereich, der auffällig ist. Das ist also eine Gewebeentnahme, die größer ist als die Probe so eine Konisation. Da können wir mit einem eigenen Video nochmal drüber sprechen. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. PAP4-Befund. PAP4-Befund ist immer noch kein manifester Krebs. Okay, das ist jetzt eine Krebsvorstufe mit schweren Dysplasien auf zellulärer Ebene. Wir haben uns Zellen angeguckt, man sieht ja Kernmorphologien, die atypisch sind, wo man sieht, die sind irgendwie entartet, aber das Ganze ist noch begrenzt auf die Zellen selbst, heißt, wir haben noch keine Invasion von anderen Gewebe, heißt, wir haben noch keinen Krebs. Bei PAP4 gibt es wieder diese Unterteilung, ich kürze das ab mit A, G, P und so weiter, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Das Prozedere bleibt aber bei allen gleich. Auch hier schließt sich natürlich, wenn man so eine dramatische Vorstufe schon hat, eine Kolposkopie muss gemacht werden. Es müssen die Zonen gezeigt werden, die auffällig sind. Auch hier gilt, man kann jetzt gegebenenfalls auch intervenieren. Das wird natürlich alles mit der Patientin entsprechend besprochen, und ob man operativ diese Zonen, die auffällig sind, direkt entfernt. Auch wieder bei Frauen bis zum 24. Lebensjahr gibt es die Möglichkeit, da konservativ vorzugehen. Man kann schauen, persistiert das über ein Jahr und kann dann erst intervenieren. Übrigens auch bei Schwangeren ist man natürlich sehr zurückhaltend, was diese Konisation angeht, weil man dann einfach so einen Kegel vom Gebärmutterhals großzügig entfernen möchte. Und da ist man natürlich bei Schwangeren sehr vorsichtig und bei jüngeren Patienten eben auch. Aber all das wird mit eurer Ärztin, eurem Arzt besprochen, welches Vorgehen ihr präferiert, was ihr euch besser vorstellen könnt, auch für eure Seele, für eure Mentalität. Wenn ihr wisst, okay, da ist jetzt ein PAP-4-Abstrich, das ist eine Vorstufe für einen möglichen Krebs. Du bist 22 Jahre alt, wir können das jetzt so machen und gucken, ob das in den Kontrollen über ein Jahr bleibt und erst dann operieren, oder aber wir gehen es direkt an. Das wird quasi mit euch besprochen. PAP-4 bedeutet übrigens, habe ich fast vergessen, ZIN-3. Also wir haben jetzt ZIN-1 und ZIN-2 bei den PAP-3-D-Abstrichen und jetzt haben wir den PAP-4-Abstrich und das ist eine ZIN-3, eine cervikale, intraepitheliale, das ist ein wichtiges Wort, weil das ist noch kein Krebs, Läsion, Neoplasie, die gleichbedeutend ist mit einem PAP-4-Abstrich. PAP-5-Abstrich, das können wir wieder abkürzen. Ein PAP-5-Abstrich wünscht sich keine Frau der Welt, denn das bedeutet Krebs. Auch hier gibt es noch Unterscheidungen mit A, G, P und so weiter, welche Art von Krebs vom Gebärmutterhals das ist, weil verschiedene Zellen eben entarten können, ist unerheblich für die Therapie, denn dann geht es wirklich in die Therapie von einem Cerex-Karzinom, also einem Gebärmutterhalskrebs, was wieder ein ganz eigenes Thema ist und wir heute nicht besprechen werden. Jetzt nochmal ganz kurz zu diesen B-DESTA-Kriterien, falls auf eurem Befundbogen steht L-S-I-L oder H-S-I-L. Low Squamous Intraepithelial Lesion ist quasi gleichzusetzen mit einem PAP-3-D-1, also einem ZIN-1. All das kann in eine Zeile kommen, weil es dasselbe ist. Beim PAP-3-D-2, also einer ZIN-2, steht da schon H-S-I-L, genauso wie bei einer ZIN-3. Da wird auch H-S-I-L stehen, ist aber auch unerheblich für euch, denn die Therapie beziehungsweise die Konsequenz mit einer weiteren Diagnostik bleibt eben unabhängig von diesem Abkürzungsjargon gleich für euch. Boah. Leute, das ist ein komplexes Thema und ich habe das extra ausführlich gemacht, weil viele bekommen natürlich den Befund nach Hause geschickt und sehen dann diese Abkürzungen und fangen an zu googeln und wissen überhaupt nicht mehr, was was bedeutet. Deswegen ist dieses Video ausführlich geworden. Das ist schon fast etwas für Medizinstudentinnen und Studenten da draußen, die das lernen müssen. Und das ist, zieht euch das mal rein, man muss wirklich Respekt vor diesen Studenten zollen, denn das ist ja nur ein Mini-Ausschnitt von der Gynäkologie, vom Gebärmutterhalskrebs, von den Abstrichen. Das ist schon so viel zu lernen, oder? Und sehr, sehr komplex. Deswegen habt Respekt vor medizinischen Studenten, deren Hirn irgendwann mal platzen vor Informationen. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, es war ausführlich genug. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, Thema Schwangerschaft und Pappabstriche, die auffällig sind, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch solche Videos auch mal gefallen, das ist ein sehr spezielles Thema, was natürlich wenig Klicks bekommen wird, ist mir aber total Wumpe, denn es geht hier primär nicht um Klicks generieren, sondern um euch auf euer Leben und eure Abstriche vorzubereiten. Gut, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ich muss jetzt erstmal in Sauerstoff zählt. Ciao. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!